Meine Praxis ist eben, nach dem Duschen mich hinzusetzen, einfach für 10 Minuten, 20 Minuten, ich sitze jeden Morgen eine halbe Stunde, einfach in die Stille zu gehen und dann erst zu frühstücken. Und der andere Zeitpunkt ist für mich häufig am Abend, also so zwischen 7 und 8, wenn ich mein Tagesgeschäft, wenn ich das hinter mir gelassen habe, alles was während des Tages gelaufen ist und mir erlaube, einfach nur still zu sitzen. Und dann kommt das oft von alleine, die innere Ruhe, die innere Stille kommt von alleine. Und was sehr wichtig ist, ist der Moment vor dem Einschlafen. Also dass ich nicht mit den Sorgen oder mit den unerledigten Sachen des Tages einschlafe, sondern dass ich wirklich mit der Stille, mit der inneren Ruhe einschlafe und mich einfach in den Schlaf hinein sinken lassen. Das ist sehr wichtig. Also wir haben auch eine Meditation im App, wo es um Schlaf geht und da arbeitet man mit der Schwerkraft. Man konzentriert sich auf die Schwerkraft und erlaubt die Schwerkraft so wie in den Boden, in das Bett hinein zu sinken. Und man nutzt dann diese Schwerkraft im Liegen, um wie einfach dann mit einer positiven Vorstellung zum Beispiel, dass man den Schlaf nutzen will, um sich zu heilen oder um Einsichten zu kriegen. Man lässt sich dann mit dieser Vorstellung in den Schlaf hinein sinken. Man sagt die Schlaf Theme ... Aber noch das ist.